Guck mal, warum haben wir hier auch endlich mal das alles aufgedeckt? So, oh, die darfst du gar nicht beschwunden. Ich bin mir da gleich immer noch nicht drüben. Wir sind so weit außerhalb, nur fettet das Boot lang rein. Vielleicht kann man tauchen in den Herndosen oder so. Das ist aber schon Töne, das ist nicht mehr. Aber ein Boot bringt uns jetzt auch nicht mehr direkt um, wo wir geflascht werden sollten. Glaublich. Ich hatte zuerst die Hoffnung gehabt, dass ich hier manchmal das Zeug kriege. So, ja, das ist ja egal. Einfach mal weiß, ob wir jetzt mit dem Boot los. Der Song von Hofer hat es nicht aufgepackt. So. Boah. Machen wir sie, wie man es... die bot haben jetzt müssen sie das gebürtiger schule so viel schaden sogar weniger als und man kommt schon Die gibt es ja auch, ne? Die haben einfach die Blutfahrer, die einfach nicht gucken, wie sie sehr intensiv waren. Das ist auch ein Sound, den will ich mir die ganze Zeit gerne geben, ne? Boah, den will ich als Kümmel verladen. Das ist echt nervig, der Sound. Das ist schon ganz die ganze Zeit. Oh, wir sind zu verbauen, okay. Nolan's Boat. Was ist der, wo ich mir Geld gegeben habe? Oh, komm, den kann ich so schnell kaufen. Danke. Ich dachte eigentlich, du bist gewahr, aber okay. Aloha. Material vorbereiten. Was ist das denn? Elektrobiode. Achso, ich kann meine Sachen upgrade damit. Was ist das denn jetzt? Ohhhh. Vielleicht bist du im Regenbunker, das ist doch die Physik-Nachsturm. Ohhhh. Was ist das denn? Ohhhh. 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 Wie außerhalb. Und das sollte auch noch passen. So mit den nächsten Nerds. Ich darf von jeweils nach unten kommen, ist ja schön, wenn du es dir in den ersten Eier waren. Aber da war mir nichts anderes. Von, soweit ich weiß. So, proben wir alles hier. Ich danke auch. Das ist ein cooler Laden. Gibt das schon mal was? Aber du bist ja jetzt kein Laden, oder? So, viele Gäste. Kimochi. Ah. Vielleicht kann man mit dir quatschen, ne? Kommst, ihr treibt mich zu. Jetzt dieser Schwimmen ist echt eine Kunst. Ja. Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal in den Stand. Alles. Guck mal, das Stück neu. Ja. 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 Nohr. Ja. 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 Es hat sich ja schonmal ein bisschen gelohnt. Ja. Ja. Das freut mich ja. So, gut, dann haben wir das. Jetzt müssen wir Sojimon im silbernen Ranking besiegen. Wo haben wir denn silberne Bronze? Bronze... Bronze, Silber, da hat man einen zum Beispiel. Silber, Silber, hier ist die Silber Street, okay. Dann gehen wir mal. Dann haben wir noch eine Bronze-Kongelenz, das war schön. Wir wollten den ersten Tisch, die auch nicht scheus was. Watsch, watsch, watsch. Ja, zum FC Mark. Ich bin so sehr viel, wenn ich die Silber Street fahre! Dann gehen wir mal ein, das ist ein Stück. Oh, aber der subjects. Ich hab's nicht mit mir mal so. Ich hätte es nicht. Aber das ist nur ein... Ich könnte es nicht aus. Ich könnte es nicht mitnehmen. Ich könnte es nicht mitnehmen. Voll und es nicht mitnehmen. Ich bin so ein bisschen. äh so, 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 so. Hier war aber überhaupt schon ein König gewesen, den wir nicht gemacht haben, oder? Ja? Ich mein, da hinten wäre da auch noch eine gewesen. Ja, ja, ja. Was haben wir bestimmt nicht gemacht haben. Watsch, watsch, watsch. So. Sprechen wir nochmal. Sprechen wir hier. Was ist das? So schön. Auf einen Korn. So schön. So schön. So schön. Watsch, watsch. Achtung. Ich habe noch einen Schaden geschehen. Okay. Oh, muss er weg. Ich bin so schön anzuhalten. Ich habe das ganze Torfenstück. Komm mal, das ist ja. Ist er auch weg. Hier wird er noch unterstehen. Oh, ernsthaft. Na, krieg ich nicht geblockt. Vielleicht nicht das Teilen für eins. Oh, ernsthaft. Dann halt so. Komm Kars, mach nochmal drauf. So, bumm. So, Jibongilata, was? Oh, okay, cool. Der Blutschatten bei der 100. Hatschür da, können wir ihn auch. Okay. Dann werde ich auf jeden Fall mitnehmen, den Blutschatten. Hier, kriegst du ein gutes Geschenk. Oh, nein. Gefällt das Leben, ich weiß es nicht. Oh, er lächelt. Gesichter drunter. So, Stufe 10. Ein geheimnisvoller Tanz derjenigen, der ihn bis 8e tötet. Oh, der hat auch mal diesen tolles Ton zu cool. Der wär ja schön cool eigentlich. Obwohl der Schamane sieht eigentlich auch ganz cool aus. Kannst du sagen. Und so oft. Ich glaube, er hat schon wieder auf den Sack gehen, die Typen. Ja, ist ja auch was. Weißt du, dass wir 15, das passt. Eine Fackel-Axt. Okay. Kann die irgendjemand einsetzen. Wir sind immer noch da mit. Du bist auch nicht. Ne. Wir wollen dann schon einsetzen. Übrigens, ich habe rausgefunden die Sachen. Ich werde die machen. Das sind die Jobs. Da muss man extra die Jobs für haben. Also Surfbrett. Ein Punkt war halt nur. Zum Beispiel, das Surfbrett kann dann wohl alle nutzen. Äh, halt nur eben. Was halt eben. Ich spreche den Job halt angenommen haben. Ja, ist okay. Ja. Naja, Krim, glaube ich, die Schimile. Doch, hat er doch nicht. Okay. Die Besseren wäre es wahrscheinlich zu schlecht gewesen. Aber gut. Sehr schön. Und das auch. So. Ich will euch vernichten. So. Hier wollen wir mal einen Gladen. Bei einer Fläche was anderes kaufen. Oh, Surfschuhe. Neoprene und so. Surfmütze. Wollen wir wenigstens über zwei nochmal mitgeben. Hm. Er kostet halt extrem viel. Danke. Ich bin ganz schön teuer. Ich bin ganz schön teuer. Hallo, Wein. So. Mangel, Mangel. Okay. Regen. Fokusnuss. Okay. Wachs Magazin. So. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön. Silbertrain auch hier. Zu dir wollte ich. Dann lass uns mal anfangen. Lass uns mal die Schlacht beginnen. Ja. Muss ich mal jetzt dann echt beim nächsten Mal richtig trainieren. Oh. Leider, Mangel, so Jimon. Jetzt nix mehr mitschicken. Mal auf und den ... Oh. Dann gehen wir mal die Haltung. Auf. Machsch. Gut eins überlaufen. Sehr schön. Oh. Ah süße Schlacht dagegen. Okay. Wir sind einfach gegenseitig stark, okay? Oh, sonst aber noch einer. Und, was ist denn? Und, ich bin nochmal dran. Das ist so schön. Dann hab ich wohl gewonnen. Sehr schön. Da freu ich mich doch. Du hast gewonnen. Jedeberger Faulkuspunkte. Oh, das sind zwei, einer ist ja Level 30 jetzt sogar schon. Und die anderen auch. Und wir haben fast bei allen jetzt 100. Cool. Das haben wir also auch geschafft. Und wir kriegen 100 Geld jetzt. Cool. Dann haben wir mal den Autofokal vollgekriegt. Sehr schön. So, cool. Dann gönnen wir uns hier nochmal eben. Dann gönnen wir uns... Hier nochmal. Oh, ne. Und wir uns erst in der Liga wieder, würde ich sagen. Hallo, halloa. Oh. Und die Dame? Hallo, halloa. So, ich hätte ja gesagt gehabt, hier war eben die Straße der Sujimono. Was für Wann noch mehr? Ach ne, das war ein Luxusladen. Das war ein Luxusladen ist. Heißt, es hat nicht nur einen Haoti. Ich habe einen Faden gewonnen, die Get請ne. Ich habe einen Flussladen. Ja, ich habe einen Flussladen, der ist nicht nicht. So, ich mache einen Flussladen. Ich habe einen Flussladen nochmal, der ist nicht. Also, ich rufe die Karte auf. Okay, wir müssen mal einkaufen. Aloha! Aloha, dann holen wir uns mal einen schönen Tag bei dir. Nice, gefühl wir uns später. Thank you! Nice, gefühl wir uns danach. So, Sojumon Trainer. Silbermann. Wir müssen vielleicht eine 22, okay. Sollten wir jetzt auch locker einen kriegen? So. 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 Sehr schön. Der tauscht. Okay. So. 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 So viel Schaden. So. So viel Schaden. So. 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 So, dann können wir noch mal essen gehen, das können wir auch noch mal nutzen dann. So, was ist das da? Sanfte Ingvernote, okay. Tunfähig wäre da so, es ist aber einfach kein Ingwer drin. Breite, Wasabi, sehr scharf. Ingwer ist da drin, sehr schön. Ingwer. Versetzte Ingwer. Küstlich salzig. Oh, passt schon. So, bestätigen. Zeracimus, Zeraconus, sehr schön. Zeracimus, Zeracinus, sehr schön. Bindungen aufgebaut und da sind gar nicht. Danke! Das ist ein Segelost. Ich musste aus meinen Lieblingswetern drin. So, jawohl. Und wenn wir noch mal eine Stufe in der Höhe sind. Danke! Aber noch von der Dänze. Schade, schade, schade. Hallo! Ähm... Hier geht's viel mit seiner... Willkommen! 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 Danke! Willkommen! Willkommen! So, die können wir jetzt auch noch mal herstellen. Gruppe... Können wir mal machen hier. So, schön den Gruppenbonus mitnehmen, ne? So, hier auch noch mal. Und da... Äh... Über den anderen jetzt. Und dann da. Und dann findet man die... Sehr gut. Sehr gut. Und das auch schon mal... Freue ich mich da drüber. Sehr schön. Und hier ist das... Und das... Und das... Und das... Und dann wieder gehen. Ja! Ja! Und dann fahren wir die auch mal aufs Tressbrett, würde ich sagen. Ja! 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 Ey, das soll dieser Maske-te-Zauberer! Ja! Ja! So, okay! Oh! Und so... Und dann geht's. Ja! 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 Ich bin nochmal dran! Nice. Ja! 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 Für immer. Oh, wir gehen ins Start. Ah ja, bis wiederum. Schade, überlebt der Boxer. Ich darf aber nochmal. Und schau dann nochmal rein. Platschen! Sehr schön. Entschuldige Kämpfer, oder? So, der Schein ist 30 geworden. Jetzt wird nur noch sie. Es war nur noch ein Kampf, bis sie 30 ist. Sehr schön. Boom. Ja, ist los. Oh, darf ich jetzt mal E-Saurus fordern? Gratulation, du hast E-Saurus erreicht. Ja, aber jetzt darf ich E-Saurus fordern. Das wollen wir, ich dachte gerade, die Bahn überfährt mich. Arf E-Saurus fordern. Ja. Cool, oder? Ich überleg gerade, will ich nochmal gehunkt werden? Hallo. Guck mal, die sieht irgendwie neu aus. Glaub ich. Sein Ziel honken, uns zu finden muss. Ah. Darf wohl noch einmal mit dem machen. Dann gehen wir mal hier hin. Dann... Oh, was ich jetzt... Okay. Sehr schön. Ich hab öff... ... also den Geht mit dem Kopf gelogen. So, er wird mit dem T Memo... ... also den Geht mit dem Kopf gelogen. Ich bin dann der Hörse. Ah, wir sind denen. Was so gut ich gedrückt habe. Aber auf seinem Namen steht es Angel. Nicht Gaza. Haben wir im 15 so einen Mann gefunden. Sehr schön. So hier war auch noch einer, glaube ich. Der Frant sein wollte, aber den haben wir doch schon. Den war schon sehr schön. Den Wads noch wegziehen. Dann war ich mal in uns Maul. Kazuma Satellite, die Roller und alles. Guck was in das hier, sehr schön. So. Auslohn Koffer. Hibiskus. Hauptmanachbar hier Hibiskus. Ah ne, sie will jetzt was anderes haben. Stimmt. Schwenke bereichen, sie möchte Schäfer als Schwenkset. Ach ja, stimmt. Stimmt ja. Ich vergaß sie wieder das sagen. 3,5,5,5,5,0. Und hier sind... Avocado, Mikado. Ok. Ok. Schmerzen nur. Und äh... Wege Böhrenfleisch. Ok. So. Da ist Avocado drin. Ne Cola wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich auch nicht. Äh... Reife Avocado da. Da war Avocado drin. Und da wahrscheinlich nicht, ne? Kann man das mal eben schnell... Bindungsaufstieg auch nochmal. Thanks very much. So stecke auch. Toa loha. Amikanische Grundnahrungsmittel. Cola. Wollte ich ganz sagen. Das ist amerikanisch, die auch drin, ne? Am liebte Seite in USA. Da ist sowas... Da kann man ja nicht... Bei dem letzten einen Fall ist es nicht so... Was hat da mit fest, so ist er amerikanisch da und ja, was hab ich schon mal lesen gehabt. So. Was? Aloha. Hamburger ist nicht. Okay. Kannst du mal kein softgetränk? Was ist denn dann? Stofflecken, das und das und das. Ist ganz doof gesagt. Was ist auch nicht? Ne, ist auch nicht. Da hab ich schon keine Ahnung mehr. Da leck mich doch. So. Ich muss nach hier oben. Ich muss da hin.